Hallo meine verehrten Damen, Herren und Transgender. Lange kam kein Video mehr, weil ich mit Tobi echt, echt massenhaft CSGO gespielt habe. Ah, keine Sorge, jetzt geht es wieder richtig verschwitzt los mit einem neuen Video. Meine Nase ist dicht, mein Kopf drückt so. Was macht ihr denn dagegen? Ich jegs es aus. Mit Sinopret-Extrakt. Wer sagt sowas? Stellt euch mal vor, ihr seid mit euren Kumpels in der Stadt und ihr bekommt auf einmal nicht mehr so richtig... Und ihr bekommt auf einmal nicht mehr so viel Luft durch die Nase. Und eure Freunde machen dann so einen auf Anzugträger. Hey Tanja, wie geht's? Meine Nase ist ein bisschen zu. Könntest du mir vielleicht helfen? Biegen sie bei der nächsten Kreuzung rechts ab! Das ist doch Schwachsinn! Aber wie dem auch sei. Ich habe bisher für Tobi zu Weihnachten zwei Mal einen Film für den geschnitten. Mit lustigen Clips aus CSGO, GTA, Minecraft und so weiter. Das wird dieses Jahr auch geschehen. Und ein paar Clips sind dann auch schon zusammengekommen, wie zum Beispiel... DAS 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 DAS... Ja... Ja, ich habe in meiner Freizeit sehr viel Zeit. Das... Liebe Fische. Was an der Stelle... Komplett. Und jetzt die Breaking News. Wir fahren dieses Jahr nach Österreich. Und das Gedicht des Tages. Ich kuller rum, wenn ich Rumpf hätte. Und ich muss jetzt auf die Toilette. Und mein Vater hat noch so einen alten Camcorder gefunden, der noch mit Karsetten läuft. Mit so Dingern. Das hier ist eine Karsette. Ich hoffe, ihr alle kennt das. Was für nett habt ihr in dem Verkackt. Guckt euch dieses Teil mal an. Guckt euch das an. Die Kassetten, die spielt man, die bleiben bespielt. Und der einzigste Weg, diese zu löschen, ist zu überschreiben. Und da geht das halt alles verloren. Und deswegen hat mein Vater mir den Auftrag gegeben, das zu digitalisieren. Und wenn ich dann die Dateien sicher auf meinem PC bzw. auf der CD habe, dann kann ich die ja auch wieder überspielen. Und das heißt, es kommt bald ein VHS-Video bzw. Kassetten-Video bzw. das, was in vielen Musik-Videos als Filter gemacht wird. Hier mal ein Beispiel. Ja, dann genau so sieht das aus. Aber das ist kein Effekt. Das ist nämlich dann alles. Es ist einfach so. Also zieht euch schon mal ein paar neue Socken an. Es wird richtig hart fett dieses Jahr. Ein ist einfach mal ein Beispiel.